Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde hier bei mir auf dem Kanal, euer Steve Austin-LP und ich habe heute mal eine kleine Medium-Runde für euch und vorweg schon mal, es ist kein Panzers, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem Fahrzeug geschuldet. Ich glaube, so gut wie das ist, gut hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden machen können, aber Skoda T-50 und der TVP, ich glaube, das sind so Fahrzeuge, da muss man richtig einen raushauen, um da einen Panzers drauf zu kriegen. Die Runde trotzdem war sehr interessant, weswegen ich sie gerne mit euch einfach mal durchgehen würde, beziehungsweise euch halt zeigen will. Es ist eine 9er-Runde, wir sind auf Bergpass. Ein bisschen, ja, am Anfang geguckt, wo fahre ich hin. Das Magazin von den Fahrzeugen, von den Mediums ist natürlich brutal. Könnte ein Ticken genauer sein manchmal, aber Jetzt hier Standard, dass am Anfang gleich die Gegenseite gespottet wird. Wegen den zwei Artis, aber Muss ich vorsichtig sein. Und verschieße natürlich. Und gleich wieder zurück, weil ich halt von einer Artie nicht beschossen werden will. Ihr seht, ich gehe auf. Aber wenn ihr auf die Minimap guckt, seht ihr halt, dass die Aufteilung auch völlig falsch ist. Wenn wir einmal gucken, der AMX dort so alleine darf man nicht hinfahren. Da muss man warten auf seine Gefolgsleute. Der Uni ist nicht so schnell. Und der Jagdtiger 8-8er, aber Das ist so ein bisschen, da muss man Da wische ich mich auch immer öfter bei, dass ich Wirklich aufpassen muss, dass ich nicht in den Tod fahre. Wer das halt Nicht sieht und da so alleine vorprescht, ihr seht es da unten. Drei Gegner jetzt auf einen. Ja, der hat es Auf eine Art verdient. Das klingt ein bisschen böse, ist aber leider so. Für mich die untere Seite komplett unterbesetzt, weil Ich mir eigentlich schon denke, dass da auch noch mehr kommt. Deswegen fahre ich auf die andere Seite, um da eventuell zu helfen. Aber auch da geht es nicht so richtig voran. Hier der Scorpion G. Der Chris, der jetzt auf Verteidigungsposition geht Absolut Richtige Entscheidung und Er wird auch noch eine entscheidende Rolle Später haben Ich hoffe, dass er es Irgendwann auch mal sieht, das Video So, jetzt haben wir hier Drei TDs und Ein Autoloader Zugegeben, dort unten steht schon T54 Wrack Aber da jetzt nur so rumstehen bringt irgendwie auch nichts Vor allem der Autoloader, die Lorraine, was die da sucht Ihr seht's Auf die Mütze kriegen, ja Mehr auch nicht Das ist eine ganz Schwierige Situation da jetzt Ihr seht, unsere Leute verballern auch Beziehungsweise prallen ab Und der T54 Light Kann ganz entspannt Sogar den HTC Eindrücken Würde ich da jetzt stehen bleiben, wäre ich auch Nach einer kurzen Zeit hinne Also Es ist so Eine komische Wieder so ein komisches Gefecht Wo du denkst Nicht Fisch, nicht Fleisch Irgendwo egal, wo du hinfährst Das funktioniert nicht Und jetzt seht ihr unten Brechen sie durch Weil da ist halt nichts Kleine Anmerkung Die GW Panther, die hier links steht Die GW Panther da Sollte vielleicht weniger ping und mehr zurückfahren Aber wer nicht hören will So Ich jetzt auch auf Verteidigungsposition Um die Basis ein bisschen zu verteidigen Und schnell bewegen, weil ich auf bin Klar erwischt's die Art hier Aber wie gesagt Wenn er meint, er muss da so offen stehen Ah, 93 Schaden Zum Glück Halt nicht direkt getroffen Ich hab jetzt noch die zwei Mumpeln gelassen Weil ich einfach Mir sicher war, dass gleich ein Gegner kommt Der erste natürlich Also, was heißt natürlich Aber mal wieder Luckshot Den ersten setze ich, glaube ich Immer so ein bisschen zu früh Aber es kommt halt auch einfach Auf die Situation drauf an 6 zu 6 Aber Die Tendenz doch Eher Richtung Niederlage Und man beachtet den T30 Und den HTC Der Jagdpanther ist ja schon tot Die Lorraine hat sich schon Dort zurückgezogen Jetzt kassier ich Für Die TDs dort Und hab grad Meine Also das Medikit benutzt Was mich in der Situation echt geärgert hat Weil ich unnötig Schaden erleide Hätte ich zurückfahren müssen Weiß ich nicht Ich hab da den Super Pershing einmal getroffen Aber ich war halt so Nochmal extrem ungenau Durch den Stunt Durch die Betäubung So da Wurde dort nix Also wieder auf die andere Seite Ihr seht es ist so ein bisschen Hin und her fahren Und irgendwo versuchen Ähm Den Gegner zu erwischen Oder Irgendwas fürs Team zu tun Aber das ist auch so ein bisschen Eigentlich Das Medium im Spiel Natürlich eigentlich nicht In so einer Ausweglosen Situation Weil gefühlt ist das Gefecht Schon zweimal vorbei CGP kommt unten Erster geht daneben Wir haben sie nicht mal angepasst Wirkungstreffer Sei ein Ticken genauer Können die Gunn sein Aber mal sehen Wie sie nachher beim 10er ist Und jetzt zum Beispiel Es steht 7 zu 12 Aber der Gegner Will einfach verlieren Den hat das gar nicht interessiert Dass ich da stehe Nächstes Beispiel Gefechtsübersicht Predige ich ja immer Ich sehe der T54 Light Hat dort jetzt Drückt da jetzt gerade durch Zwar bin ich im Reload Aber ich weiß ja Dass er da kommt Weil ich auf die Minimap achte Und um mich herum Was da so passiert Was kann ich tun Ihn mit offenen Armen erwarten Auto-Aim Abdrücken 9 zu 13 Ich und der liebe Chris War wie Gegen Alle anderen Ich habe wieder Zwei Mumpeln Weil ich Wieder gleich damit gerechnet Hab Dass ein Gegner kommt Jetzt in Reload zu gehen Wäre ein bisschen doof gewesen Aber es muss natürlich Auch der Stritt sein Zum Glück In dem Moment Habe ich ihn gekettet Und der Chris Slidet Elegant runter Und knallt den Stritt weg Das muss man auch können Wie viele Ähm Bringen sich bei so einer Aktion Selber um Jetzt kommt der Jagdpanther Den muss ich natürlich Dann wieder übernehmen Was auch absolut okay ist Und den wollte ich jetzt Ehrlich Ich weiß Ich habe 1000 AP noch Den wollte ich weg haben One Shot Direkt vor meiner Nase Gegnerfahrzeug ausgeschaltet Es ist Und das möchte ich einfach anmerken Deswegen ist mir das Replay Auch so wichtig Einmal so Also man sieht wieder so viel Erstmal wie Natürlich die Spieler Alles tun um zu verlieren Ich verstehe es nicht Was hier manchmal bei WOT An Spielern unterwegs ist Meine Jungs Mein Team hat das schon verloren Die Runde Und dann tut das Gegnerteam Wirklich alles dafür Um auch noch zu verlieren Aber dann dieses auch Teamplay Dieses Dass es wirklich Im Gefecht noch gibt Dass man sich miteinander Absprechen kann So ein bisschen Koordinieren kann Der erste geht natürlich Durch ihn durch Damit ich auch noch mal Schaden erleide Wenigstens bin ich jetzt Bei glatten 800 So Was tun Wenn es brennt Auf einmal Kein 9 zu 13 mehr Sondern ein 12 zu 13 Bemerkenswert Muss man eigentlich sagen Dann kurzes abwarten Oder vielleicht gucken Von wo Oder kommt von der Seite Den Gegner Guckt euch an Wie der Skorpion Dort kurz Immer schön links Am Berg Damit er halt Von der Artie Nicht erwischt wird Falls er aufgeht Das sind so Kleine Feinheiten Einfach Die Bei den Natürlich Sehr guten Spielern Einfach so Drinne sind In der Bewegung Andere hätten sich Da oben hingestellt Wie König der Löwen Und gewundert Dass sie dann irgendwie Ja Zerstört werden Genau wie die Artie Vollen Ist kein Anprangern Oder so Oder so Aber Das war jetzt nicht Unbedingt klug Jetzt hatte ich angepingt Richtung Cap Er schreibt verstanden Und macht mit Wie oft hat man sowas Würde sowas Wirklich Öfter Öfter vorkommen Boah Wären das Zufallsgefechte Natürlich Hätt's jetzt auch Gut passieren können Dass der WT Genau hier wartet Und Mich einfach mal Mit 800 wegschießt Aber Glück gehabt Man weiß es halt nie Man muss Es gehört einfach auch Glück dazu Ich bin durchgeladen Und suche jetzt erstmal Arties Oben geht eine auf Und ich muss sie einfach Erwischen Dem Moment mal einfach Glück Dass ich sie irgendwie Oben erwische Und auch bewegen ein bisschen Weil es gibt noch eine zweite Artie In den Reload In der Hoffnung Es kommt nicht gleich ein Gegner Man muss In jede Richtung gucken Und das ist so schön Ähm Der Chris in dem Moment Schaut in die eine Richtung Ich in die andere Jetzt gehe ich in den Cap Um Druck aufzubauen Und da kommt der WT Leider erwischt der Chris ihn nicht Aber jetzt muss ich natürlich rauf Jetzt oder nie Auch so ein Ding Wie viele Leute Pennen denn In dem Moment Geben sie den Gegner Die Zeit wieder nachzuladen Jetzt auch wieder gleich Hin und her eiern Weil es ist nun mal eine Artie Die kann mich immer noch blöd erwischen Trotzdem in den Cap rein Weil ich weiß Ich Liege noch unter der Zeit Also ich kann noch Den kompletten Cap schaffen Trotzdem hin und her In Bewegung Und Ja Ich habe mir vielleicht gedacht Kommt die Artie Vielleicht nochmal in den Nahkampf Dann kann ich sie so Auf Längere Distanz Spotten Und ihr habt es gehört Einschlag Heißt die Artie hat einen Blindshot Versucht Und in dem Moment Geht euch natürlich Geht euch natürlich die Pumpe ne Also Völlig normal Völlig okay Auch ich Habe da nervös gesessen Mit meinen 3303 Schaden Und Und entschließe mich dann Auf Den Einschlagspunkt Mich zu stellen Man hätte sich jetzt auch Auf die Fahne stellen können Ist auch so ein Platz Wo seltener Artie Versucht einen Blindshot Reinzusetzen Aber ich glaube Auf die Position Wo sie schon hingeschossen hat Schießt man noch seltener Und Blindshot Versucht Und Cap gewonnen Ich bin euer Steve Austin LP Und ich hoffe sehr Dass euch das Video Mal wieder gefallen hat Wenn ja Dann Schreibt mit mir Über die Kommentare Und tauscht euch mit mir aus Ich würde mich sehr freuen Wenn ihr das Video liked Wenn ihr es auf Facebook teilt Und mir für meinen Kanal Ein Abo hinterlasst